. Mein Name ist Fabienne Broch. Ich bin 26 Jahre alt und wohne in Buchs. Das ist im Kanton Zürich. Ich arbeite als Mieterzieherin in der Hohen Rhein bei Luzern, an der Hör- und Sprachheilschule für gehörlose Kinder und Jugendliche. Ich bin seit Geburt gehörlos. Und man hat bis heute nicht herausgefunden, wieso ich gehörlos bin. Ich bin viel im Fussballtraining mit meinen gehörlosen Kolleginnen zusammen. Ich bin in einem Verein dort. Ich spiele sehr gerne Fussball. Und daneben snowboarden. Ich denke, eine Botschafterin muss Mut haben, zu kämpfen. Und das über ihre Ausstrahlung bewerkstelligen können. Also ich hoffe für sie, dass sie diese Miss Handicap-Wahl schafft. Sie ist eine sehr hübsche Frau. Und wer für das? Toll! Ich bin ein Witz. Ich bin ein Witz. Ich bin ein Witz. Ich bin ein Witz.